Willkommen zur ersten Runde Minecraft nach locker 100.000 Jahren gefühlt. Was hat denn der Typ jetzt vor? Also ne, jetzt mal real, was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Nur so aus Interesse. Ähm. Naja. Das soll jetzt auch kein langes Video sein. Das wird nur ein kurzes Infovideo. Und ich glaube, der Typ würde nicht... Boah, Junge, was für ein Hurensohn. Ähm. Äh, ja, 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 da denkst du aber auch nur du. Ähm. Ja, also das ist jetzt nur ein kurzes Infovideo. Oder beziehungsweise, nein, kein Infovideo. Ein kleiner Real Talk. Denn es geht so ein bisschen um meine YouTube-Situation im Moment. Ähm. Normalerweise war ich ja immer so, dass ich hingehe, Faktisch... Was macht man jetzt hier? Ähm. Dass ich hingehe und sage, dass ich so alle äh, zwei, drei Tage ein Video mache. GG. Und ja, wenn ich halt so das Video gemacht habe, ähm, ja. Mach ich halt ein neues, ne? Ähm. Ähm, ich bin gerade ein bisschen lost halt. Also, äh, hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich gerade auf den Fight konzentriere. Das wird dissens schon wieder, wenn's fertig ist. Hast du diesen MLG gesehen, du Pfosten? Naja, auf jeden Fall. Ich bin gerade aber... Zum einen schneide ich gerade ein Megaprojekt. Ein megagroßes Projekt. Also, ich hab da gestern allein dreieinhalb Stunden reingesessen und so. Ähm. Vom Rohschnitt Sind das jetzt so ungefähr Vom Rohschnitt sind das jetzt so ungefähr Lol. Wurden so. Ähm. 20% vielleicht? Also, das wird extrem lange dauern. Und ja. Und dazu, was mein Twitch angeht, muss ich sagen. Ich hab's irgendwie echt irgendwann aufgehört zu enjoyen, alleine zu streamen. Früher hab ich das extrem viel gemacht. Und ja. Letzten Endes, ähm. Ich hab da keinen Spaß mehr dran. Und im Moment ist die einzige Person, mit der ich streame... Was ein Hurensohn? Da will wohl jemand nen Report. Oder auch nicht. Da wurde ich zu schnell aus der Runde gemoved. Ähm. Ja, also die Sache ist halt einfach die Twitch-Streams. Tim hat nicht mehr so viel Bock drauf. Warum auch immer. Ich laber auch nicht mehr mit dem viel. Was nen Keg. Ähm. Was auch so ein bisschen an Tim liegt. Beziehungsweise hauptsächlich im Moment an Tim. Was war das jetzt? Und ja. Da ist halt dann an sich Stream ein bisschen schwer. Und ja. Und ja. Daran liegt es halt so ein bisschen, dass ich gerade im Moment überall mehr oder minder inaktiv bin. Was? Was hat der vor? Was soll das werden, der jetzt fertig ist? Jetzt mal seriously. Also jetzt mal no joke. Der schießt mich gerade mit nem Bogen an, der kein Damage macht. Der Typ ist doch retarded as fuck. Das wollte ich halt nur einmal kurz loswerden. Dann machen wir jetzt noch kurz den Fight hier. Oh, der Typ wollte mich knocken. Oh, das ist ja süß, dass er denkt, dass er das schaffen würde. Ähm. Ja, also. Das sind halt so die Gründe, warum ich im Moment inaktiv bin auf YouTube. Bzw. inaktiv geht jetzt. Das ist mein letztes Video. Das ist irgendwie fünf Tage her oder sowas. Aber trotzdem. Dann. Würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch unheimlich gerne. Hallo. Unheimlich gerne. Einen netten Kommentar da. Like ist mir ziemlich Wayne gerade sogar. Aber einfach einen netten Kommentar. Würde mich persönlich mega freuen. Weil ich hab halt gerade, wie gesagt, so ein bisschen Downphase. Das würde mich mega motivieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.